Es ist dein Abendessen, Christian? Nein. Aber dann brüschel ich's. Bro! Wenn ich abbeiße. Wie kriegst du das überhaupt in den Mund, Vlesk? Ja, das ist ja die andere Sache. Pass auf. Hä? Weißt doch... Nein, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Vlesk ist nicht menschlich. Ja? Der ist so schon wirklich schwierig, in eine menschliche Kategorie einzuordnen. Und...